in den safe habe ich eigentlich noch eine milde kreaturen ist noch eine kreatur von dem habe ich die bekommen von hammerlock ja stimmt die habe ich von hammerlock bekommen gut dann würde ich sagen machen wir die gleich mit sich an habe ich hierüber erklärt glück gehabt hier ist noch ein bisschen gold für mich danke 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 was wer schießt da auch kommen willst du wirklich du musst das nicht tun ist okay hat mir auch noch einen mitgegeben aber das ist nicht so schlimm was ist das teammagazin größe das 25 prozent 20 prozent für welche waffe denn da wie viele denn noch näher dem mache ich jetzt nicht mehr was du willst es wohl nicht anders was hast du jetzt davon okay ich bin in das grüne zeit gelaufen ich bin so blöd komm 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 ein schuss noch ein schuss hat mir gefehlt misst verdammter misst verdammt okay ich freue mich da hat mir irgendjemand ein follow da gelassen danke ich weiß nicht wer du bist weil ich habe den namen leider nicht gesehen ich habe es ausgestellt aber den ton wohl nicht es ist nicht so schlimm was ist das denn 87 moment wieso wieso habe ich das vorhin nicht gesehen 65 habe ich alles klar den nehme ich mit erst der ist besser jetzt sehe ich jetzt schon das ist besser den mancher favorit und das ist schrott der ist allerdings erst ab level 20 aber ich habe gleich level 20 von daher alles im grünen bereich dich erwische ist dein bein ist im weg man kann ich dich von hier erwischen ob es aber voll daneben ja kann ich sehr schön ich hole mir das zeug jetzt aber nicht mich hier lang macht es eine brücke ok da kann ich aber nicht lang laut minimap kann man da lang aber ich kann noch nicht fliegen und daher so was haben wir denn hier von wo von hinten natürlich kommt zurück ich habe bauen hast du hast echten schuss überlegt stark ganz starke larve so was hat man denn hier passt die elementarresistenz was elementarresistenz plus 15 prozent maximal gesundheit plus 81 nämlich wird sofort angelegt danke ok ich muss der rumbling show wo geht es denn jetzt hier lang warte wo muss ich denn überhaupt hin er will dass ich über diesen see lauf oder was katsache ok dann mache ich das ich mache alles was mir der missions quest zielmarker sagt ohne hinter das fragen der schießt schon er ist noch nicht mal da und er schießt auch kommen war gar nicht zielen eigentlich ich muss wohl doch ziehen doch nicht es geht auch so ja könnte auch mal sein kopf treffen da oben ist ja auch so ein kristall zeugs ich bringe das mehr ok ich muss hier lang oder irgendwo vielleicht da immer außen rum und das war eine schlecht das war ganz schlecht ja mal um ihn herum ok ja hier geht es hoch da muss ich lang hallo da köhle na du kann ich ja runter wahrscheinlich ok das gefällt mir nicht das gefällt mir hier überhaupt nicht ok was ist das ist das der save das ist der save bin ich schon da irgendwas passiert hier doch noch das sieht das das sieht sehr komisch aus diese stein formation ja weiter geht's ja die sind alle sehr komisch aussieht die steinformation egal ich um jetzt in save blu alter das ist blue oh mein gott das zieht nichts ab doch es zieht was ab ok ich muss hier weg oh mein gott was seid ihr denn kann ich irgendwie anders ok das war gut shotgun benutzen shotgun shotgun benutzen bitte kommt kommen komm 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 das war's blu das war's das war's blu ist erledigt die shotgun ist super Was mit den kleinen Viechern? Habe ich die auch direkt erledigt? Ich spüre überhaupt nichts. Okay. Äh, ja. Okay, krass. Ein Bild, so schön wie tausend versaute Worte. Ähm. Hi, Sugar. Wie ich sehe, hast du ein paar ziemlich freizügige Schnappschüsse von mir gefunden. Wenn du sie mir gibst, statt meinem dritten Ex-Mann, soll das dein Schaden nicht sein. Aber wirf ruhig einen Blick drauf. Das macht mir nichts aus. Mhm. Die feine Dame. Was bringt mir das denn, wenn ich dir das bringe? Nimm die heißen Fotos. Bring die Fotos zu Marcus oder zu Moxie. Was bringt mir das, wenn ich mal fragen darf? Okay, entweder eine Shotgun oder, oder eine, ähm, hier, wie heißt das? Ähm. Blablabla. Artefakt. Artefakt ist nicht schlecht bei uns, aber die Shotgun ist super. Das heißt, ich glaube, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich werde nach dem Artefakt gehen. Ich denke, Moxie hat das Artefakt für uns. Ja, geil. Okay, ja, das machen wir aber irgendwann, wenn wir in Sanctuary sind. Ähm, wir haben hier noch eine. Ja. Milde Kreaturen haben wir nämlich noch. Ähm. Ja. Die machen wir jetzt. Diese Kristallisken sind schon rechte Bastarde, was? Ja. Wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Hm. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine barer Münze bezahlen. Gut. Mir gefällt einfach die Redewendung. Ab zu den Kostik-Kevans mit dir. Okay. Ja, cool. Jetzt ist da hinten eine Kiste. Warte, sehe ich das in meinem Augenblick, äh, Blickwinkel richtig? Ah, ja. Ich habe richtig gesehen. Dahl. Was? Was ist das? Oh, krass. Äh, ja, Proximate Projektile. Ähm, ja, bitte. Alter, diese Waffen hier. Ich liebe es. Es ist so geil einfach, solche Waffen zu finden. Es macht einfach riesen Spaß. Ich sag ja, es kann immer was Neues kommen. Mal hast du hier eine super Shotgun, plötzlich hast du die ultimative Shotgun. Genau wie das Ding jetzt hier. Oh, oh, oh. Äh, wo? Super gut. Okay. Also, ich habe jetzt milde Kreaturen freigeschaltet. Die Quest von Hammerlock. Und ich soll natürlich wieder diese Kristallisken und was weiß ich noch, was hier alles. Spider-Ants und Thresher muss ich hier töten. Und Ursprungshinweise muss ich finden. Das machen wir. Da oben komme ich raus. So, die Panzerfaust tue ich weg. Die ist sehr nett, aber die brauche ich nur für die fetten Gegner. Für die ganz fetten. Wobei, die Shotgun hat da gerade auch einen super riesen Vieh umgehauen. Den Blue. Geil. Das hat echt Spaß gemacht. Die Waffe war echt krass. Auf geht's. Milde Kreaturen. Mal schauen. Ja, was haben wir denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht drin. Es gibt ja nicht Sachen, die ich noch nicht gelootet habe. Es ist ja ein Unding. Ein Unding. Ja. Danke sehr. Opa. Tschüss. So, nicht. Eine Snipper. Eine Snipper, die ist schlechter als unsere. 282. Wir haben 315. Ja, aber das ist auch das Einzige, was schlechter ist. Minus 19% Waffengenauigkeit. Ist aber schlecht. Tschüss. Was? Nee, der war nicht. Das möchte ich nicht. Gesundheit ist voll. Danke sehr. Munizieren. Och. Das ist doch mal gut. So, die Shotgun hier. Die ist ja süß. Alles höher, bis auf den Schaden. Und das ist das Wichtigste. Also für die Shotgun. In jedem Fall. Diese Shotgun. Die ist elementar wichtig. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nein. Ich will alles haben. Da. Da ist doch was. Schießt denn da wieder was für mich? Ich muss ja eh Trasher suchen. Fühler Trasher. Die sind größer. Also was ist denn jetzt los? Oha. Okay. Ich wollte eigentlich die Shotgun ausrüsten, aber. Okay. Yes. Der hat gesessen. Was ist denn? Okay. Ist eh weg. Bis. Im Nahkampf. Okay, okay, okay. Wo ist der Nächste? Der ist auch weg. Hinter mir. Wo denn? Ach, der ist da drauf. Sag mal. Wie unfair ist das denn? Wie soll ich das denn sehen? Hm? Von wo? Da. Tschüss. Okay. Thresh habe ich auch 5 von 5 jetzt. Das ist gut. Dann brauche ich die jetzt nicht mehr extra jagen. 502. Naja. Nö. 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 Ich finde mein Schild ganz okay. So, wo ist jetzt das Riesenfieber, was ich erledigt habe? Der hat auch schon was liegen gelassen. Was? Was? Was seid ihr? Achso. Ja, hier. Das war ja super. Super, super Badass-Pot. Das gefällt mir nicht. Ich muss das Ding zerstören. Oh, er ist noch rausgekommen. Das leckt. Danke. Wer selectet ihr denn hier eigentlich? Was ist das? Was liegt denn hier rum? Was? Was ist das? Ich nehme das mal mit. Ich nehme das aber nicht mit. Das nehme ich auch nicht mit. Und bei 900? Oh, warte, warte. Da brauche ich wieder meine Shotgun, wie es aussieht. Oh mein Gott. Okay. 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 Shit. Wo ist der? Ja, das ist aber nicht fair jetzt. Das ist echt nicht fair. Das ist jetzt im Boden gewesen. Mann. Oh, das ist aber kacke. Egal. Lass euch machen. Wärts ehrlich machen. Stimmt, 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 ist eine gute Idee. So, ich habe irgendwas aufgenommen, irgendeine Panzerfaust oder ein Raketenwerfer, der sah verdammt gut aus. So, wo ist es denn? Ich vergleiche die mal direkt. Oh. Dreimal 1300. Das ist schon weit über 3000. Okay, das... Ja. Kann nichts machen. Gerade eine super Raketenwerfer bekommen. Ein super Raketenwerfer bekommen und jetzt sowas. Das schmeiße ich auch mal weg. Das habe ich schon freigeschaltet. Die Granate. 416 mal 5. Jo. Nett. Probiere ich mal aus. Auf jeden Fall. Spawnt eine Anzahl Bombenblitz, die Feinde suchen und beim Aufschlag Gesundheit abziehen. Geil. Ja, es ist... Das macht Spaß. Das probiere ich direkt mal aus. Also. Bei dem fetten Gegner von vorhin. Wo ist der? Wo bist du? Bist du das? Super badass Varket. Ja. Das bist du wohl. Alter. Mein Schild ist schon zerstört. Wie kann das sein? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich kann nichts sehen. Es ist so schlecht. Mann. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich jetzt. Ich habe den die ganze Zeit mit meinem Raketenwerfer erwischt. Ich habe mich auch gut hält runtergehauen, aber das hat nicht gereicht. Das ist ein harter Gegner. Ich hätte den niemals so aufleveln lassen dürfen. Der hat sich ja... Das ist echt... Okay, ich weiß schon, wie ich den wegbekomme. Ich weiß es. Komm her. Komm her. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, gegen wen ich gerade kämpfe. Wo ist er? Yes. Ich habe es geschafft. Okay, das hat gut geklappt. Das ist 3000. Wahrscheinlich nicht höher als das, was ich habe. Nein. Nenne ich mal mit. Aber ich glaube, die Granaten brauche ich nicht. Da habe ich bessere. Er schießt auf mich. Was? Dein Ernst? Was ist der Entfernung? Also kann er überhaupt aus der Entfernung noch mich zielen? Alter. Was hält denn der aus? Ich weiß ja nicht mal, wo sein... Wo sein Kritischer... Och Gott. Wer schießt denn da jetzt schon wieder auf mich? Das gibt es doch nicht. Ja, das... Ich konnte mir jetzt nicht anders helfen. Ich kämpfe um dein Leben plus 6%. Okay, das ist gut. Aber... Och, kommt schon, Mann. Der stirbt nicht. Er will nicht sterben. Er sträubt sich. Aber da habe ich keinen Sniper-Shotgun. 700 Erfahrungen. Wow. Okay. Da gehen Leiter hoch. Das schaue ich mir gleich mal an. Was haben wir dann hier oben? Äh, ein Haar von nichts. Oh, Moment mal. Da war doch was. Nein, nein, nein. Keine anderen Gegner. Ich will mir das jetzt anschauen. Das ist aber ein cooles Missions-Design. Also die Map an sich ist richtig cool gemacht. Fällt mir echt gut. Granaten kann ich nicht gebrauchen. Das hier. Ach, das ist das Ding. Das brauche ich auch nicht. Aber hier. Hier liegt noch was rum. 315, 253. Nein, das reicht nicht. Sorry. Sneaper. Mehr Glück beim nächsten Mal. Das hier. 245 Brandschaden pro Sekunde. Nein. Äh, ich brauche das nicht. Wahrscheinlich brauche ich es doch. Wahrscheinlich ist das die beste Granate des Spiels, aber ich lasse sie liegen. So, okay. Ach. Sag mal hier. Munition. Äh, Assassin. Brauche ich nicht. Öffnen. Nicht möglich. Oh, nicht so nett. Warum nicht? So, und jetzt? Was ist das für ein Schatten eigentlich? Ah, okay. Cool. Echt nice gemacht. Sehr, sehr nice. Weil das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Ist ja schon, was ich 5, 5 Jahre, ja? 5 Jahre alt, meine ich. 2015? 2, 14, 2, 15? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder es ist heute 16. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Aber Grafik ist immer noch. Ist halt ein eigener Grafikstil. Und das gefällt mir super gut bei Borderlands. Und ich freue mich ohnehin auf Borderlands 3. Buh. Von daher. Uh, naja. Da haben wir noch was. Die Büchsen der Pandora. Öffnet 1500 Behälter. Ja, ich kann auch nichts machen. Ich bin, ich bin Suchti. Ich bin ein Büchsenöffner Suchti, wie es aussieht. So, hier kann ich lang. Das sieht sehr einladend aus. Was nehme ich denn hier? Ich lade erstmal alles nach. Okay. Und gehe mit der Pistole hier rein. Infested Warehouse. Infiziertes Waren. Warenhaus. Oder Lager. Lagerhalle oder so. Ich will einfach nur nicht, dass die Dinger sich entwickeln. Die dürfen sich einfach nicht entwickeln. Und da ist schon einer entwickelt. Ausgewachsen. Nein, 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 nein. Okay. Was hat das hier? 2600. Ey, was sind das für Waffen hier, Mann? Alter, Nummer Wäger. Der Moment, da ist noch ein Gegner. Wo bist du? Da oben. Der hat dir erlaubt, dich weiterzuentwickeln. Das machst du nicht nochmal. Ich schieße die ganze Zeit daneben. Nein, 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 nein. Du wolltest, ne? Du wolltest. Ja, ja. Äh, äh. Ist nicht drin. So, was war das hier? Das war alles schon, was ich mir angeschaut habe. Ja, die ganz Kleinen, die kann man noch schön auseinander schlagen. Oder schießen. So, was haben wir denn hier? Hier irgendwo. Da. Das schaue ich mir gleich an. Oh Gott. Kommen die jetzt alle her. Wo, 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 wo. Ich entwickeln. Kein Bock. Schreibt mich alle ruhig an. Ach, ne, da ist schon wieder einer. Und fliege wieder. Boah. Danke. Und das ist mein Kiste. Habe ich komplett übersehen. Erdamit. So. Und jetzt höre ich mir das Ding an. Nachdem ich mir das Geld geschnappt habe. Eine verschollene Audionachricht. Schon wieder. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Diese Kreaturen kann man nicht abbauen. Das sind Lebewesen. Ohne Kristalle sterben sie. Ich habe die aber abgebaut. Was? Was ist hier los? Was war das für ein Zeichen? Ich war außerhalb der Map. Wie geht das denn? Shotgun ist nicht gut. Ich will doch das hier nehmen. Ja, das kann ich wohl nehmen. Oh Mann, du hast dich doch jetzt nicht. Okay, was? Was zeigt der mir da an? Egal. Pistolen. Nein, nein, no. Und? Wow. Wow. Du Penner. Was ist hier weg? Nahkampf, Alter. Ich wollte mir einen Nahkampf. Und das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch. Das hat geklappt. Warum nicht? Ich bin außerhalb der Map. Wie soll ich den sonst erwischen? So. Wo bist du? Pistole, ne, war ja auch nicht. Die letzte Pistole schaue ich mir noch an. Ganz links. Die ist wahrscheinlich auch nichts. Tja, schade. Was bist du? Was war das jetzt? Warum ging das nicht? Wo kommt ihr Kameraden jetzt eigentlich her? Oh, das geht echt gut mit der Waffe. Ich haue ja alles weg. Prost. Einer nach dem anderen. Jeder kommt mal dran. Wow. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja, aber echt. War so ein echter Blutrausch gerade. So. Map. Die Mappe. Okay. Okay, ja. Ich bin... Ja, ich glaube, ich bin richtig. Gehe hier einen Kreis und dann komme ich hier wieder raus zum Anfang. Würde ich mal jetzt so behaupten. Mache ich schon so. So machen wir es. Oh, ihr ey. Ihr nervt langsam. So viele seid. Was ist denn hier los? Tschüss. Ich baue hier alles ab. Ganzer abklingt seit 20% weniger, aber auch nicht. Das ist Unsinn. Das ist Schwachsinn. Schwachfug. Granatenschaden, was? Granatenschaden, 1459. Das ist besser als unser jetziges. Zündungszeit. Er zeigt zunächst eine... Schon wieder Implosion. Ja, ich gebe dir noch mal eine Chance. Implosion. Schauen wir mal. Wehe, du enttäuschst mich. Okay. Okay. So. Bevor wir hier rausgehen. Mache ich einen kurzen Stopp. Eine kleine Pause. Und dann machen wir genau in der Stelle hier weiter. Also. Bis gleich. Ciao. Ciao.